Wir haben gewusst, dass heute die schwierige Aufgabe wird an die Mainzer, natürlich die Jakob-Wakke-Truppe. Sie haben dir alles richtig gut gemacht heute, oder? Ja, es ist auch so. Es war eine riesen Mannschaftsreizung bei der Temperatur. Wir wollten unbedingt die drei Punkte hier beiden und gemeinsam mit euch diesen drei Punkte feiern. Das ist ein großartiges Gefühl, wir hatten uns ganz weitergehen. Ich hoffe, dass wir in die richtige Macht werden zu Hause und es war ein professionelles Liederspiel von der Mainzer. Genau, du bist ab in die Kabine und kannst einen Platz, die Stimmung waren wohl heute, aber hat Spaß gemacht. Wir haben hier jüdische Spiele, oder? Überragend, aber das Stimmung wohl überragend. So kann es weitergehen. Ab in die Kabine, feiern wir gemeinsam. Und zu Nummer 16, Robert Rogat! So, und wie du sprichst, gibt es jetzt noch das Tor von unseren anderen Leuten zu können, Nummer 28. Sie, das wisst ihr jetzt schon, wer es gemacht hat, oder? Das war Holger! Hier gibt es den Sächer! Und jetzt sehen wir uns noch mal schönen Mann, Frau Dennis Aungo, und dann kann heute Super-Wall sein mit der Flanke nach Buchterberg rein, jetzt gerade im Sky-Union. Und jetzt ist der Settlatschep auch nicht die unabhängige Aufnahme nach dem Spiel. Die Maria schaut jetzt nach mit diesem Tor auf die restlichen Endergebnisse von diesem Nachtetag. Wenn jetzt eingegangen wird, los geht's. Die beiden Stiefel-Hörer Bremen gegen die Bayern München. Das Ende 0-2, Heintracht 20 zu Hause gegen den VfL Östow mit 0-1. Der August 0-2, Heintracht 20 2 zu 2. Und entschieden mit dem gleichen Egegnis in der Settlatsch FC und gegen Borussia München und der Bayern.